Hallo Diablo Community, ich hoffe euch geht's gut. Das Lil' Kill Video habe ich bereits veröffentlicht und das findet ihr unten im angepinnten Kommentar. Da erkläre ich ganz genau, wie ihr spielen müsst mit diesem Bild. In diesem Video präsentiere ich euch das detaillierte Bild mit dem Skillbaum, Paragon und dem Gear. Und das alles, wenn ihr es so nachbaut, könnt ihr Lil' selbst probieren einfach zu legen und das ist natürlich ein großes Ziel. Macht Spaß, ist sensationell gut. Weiterentwicklung von meinem normalen Tornado, nochmal mit ein, zwei Moves, die so sehr wenige Leute spielen. Ich habe bis jetzt glaube ich noch keinen gesehen und ihr werdet es sehen. Es ist etwas anders, wie immer, aber richtig gut. Und deswegen, es macht eine Menge Spaß und da kommen hohe Zahlen zustande und wir haben noch kein optimales Gear. Wenn euch mein Content gefällt, dann drückt den Abonnieren-Button. Wir starten erstmal mit dem Skilltree. Schauen wir uns den Fertigkeitsbaum an und hier starten wir mit der Windschere. Hier holen wir uns Geisteskraft über die Entfernung und dann gehen wir runter, nehmen die passiven Herz der Wildnis mit und wilde Impulse. Tornado bis zum tobenden Tornado, unser Haupt-Damage-Skill. Dann raubt ihr Instinkt und Zehngänger drei Punkte rein, gerade in der entscheidenden Phase, wo sie wieder runterkommen mit dem Kreis und wir den Wellen ausweichen müssen. Da ist jeder Prozentpunkt in Bewegungsgeschwindigkeit wirklich wichtig. Ihr seht, wir haben hier keinen Cyclone geskillt, aber durch die Brust werden unsere, durch den Helm und durch die Helm-Brust-Kombination werden unsere Sturmfertigkeiten zu Werwolf-Fertigkeiten und so weiter. Wir kriegen drei Ränge auf unsere Werwolf-Fertigkeiten und deshalb funktioniert das, die Cyclone-Rüstung dann auch auswählen zu können. Ja, Blutgeheul bis zum bewahrenen Blutgeheul, dann Kraft der Ahnen und Wachsamkeit. Dann Reichweite der Natur, zwei Punkte drin, die hatte ich übrig. Kann man auch nochmal anders setzen, wenn ihr hier zwei bessere Punkte für euch seht, nochmal defensiver oder sowas. Ja, dann ist hier Reichweite der Natur leicht ersetzbar, weil hier fügen wir entfernten Gegnern Schaden zu. Normalerweise stehen wir immer dichter am Boss, das kann nochmal ganz gut sein für die Ads, deswegen habe ich hier zwei Punkte drin. Dann hier den Elementen ausgesetzt, einen Punkt rein und drei Punkte in endloser Sturm. Das erhöht nämlich die Dauer von unserem Hurricane und den Hurricane skillen wir so, dass betroffene Gegner 20% weniger Schaden machen. Dann geht es weiter, Nervengift, drei Punkte in Vergiften und hier ist es wichtig, dass wir dann uns die drei Zusatzpunkte über die Kette noch reinholen. Ja, damit wir 60% Bonus auf kritischen Trefferschaden gegen vergiftete Gegner machen und die toxischen Clown noch mit rein. Dann trotz Naturkatastrophe und die Resonanz und dann auch noch Natur, Magiefertigkeit für unsere 6% mehr Schaden, das ist wichtig. Und dieser Bonus verdreifert sich, wir nehmen hier keine, weil wir sind hier nicht im Switch, aber wir nehmen einfach die 6% mit. Nur kurz, weil das so oft ein Punkt ist, der nicht gefragt wird, warum Resonanz, wir spielen auch keine Erdfertigkeit oder so. Man muss sich das komplett durchlesen, Natur, Magiefertigkeiten verursern 6% mehr Schaden. Es geht nur um diese 6%, nicht um den Wechsel und den Treibbaren Bonus. Und wenn wir über den Tornado gehen, sehen wir, das ist eine Natur, Magiefertigkeit, deswegen spielt man die Resonanz. Das wurde ich sehr oft gefragt. Beim letzten Mal, glaube ich. Ich weiß nicht, bei meinem letzten Tornado-Bild oder manchmal beim Pulv-Bild. Ja, es geht wirklich um Natur, Magie und die 6% mehr Schaden. Dann hier Schnellwandlung mit rein, um hier auch den Schaden mitzunehmen und der Grizzly-Zorn. Und ganz wichtig ist, wir spielen die wölfische Wildheit. Schaut mal auf mein Gameplay-Video, schaut mal, wie es da hochtickt. Jeder 6. Treffer mit einer Wehrwolf-Fertigkeit erzieht einen Kretschen-Treffer und 40% mehr Schaden. Einige Spiele in Bärenkraft habe ich ausprobiert. Viel weniger Schaden, wir müssen ständig gesund sein und so weiter und so fort. Wenn man da nicht aufpasst, ist das viel schlimmer, viel intensiver zu spielen. Völlig unnötig. Und hier 70% mehr bei jedem 6-Treffer und das tickt so durch, rattert so durch. Könnt ihr sehen im Gameplay-Video, wie das so durchrattert. Ja, und damit mache ich viel, viel mehr Schaden. Könnt ihr gerne mal austesten. War ein Zufall tatsächlich, dass ich darauf gekommen bin. Und seit ich das getestet habe, habe beides immer durchgetestet und hier viel mehr Schaden rausgekommen als hier. Checkt das mal gerne. Kommen wir zum Paragon-Board. Hier der Starter. Ja, voll offensiv. Zangebot würde ich so aber nicht in Nightmare Dunst spielen. Das ist optimiert für Lilith. Nur, dass ich es nochmal kurz gesagt habe. Ja, weil sonst würde ich zum Beispiel hier die Defensive mitnehmen und so weiter. Das ist wirklich pur für Lilith, dass ihr die gut legen könnt. Und hier Starter-Board-Krönung mit rein. Dann spielen wir hier die Glyphe ausbeuten. Entschlossenheit muss man nicht mitnehmen. Aber war eh gut wegen der Geschicklichkeit. Und deswegen habe ich gerade hier die Defensive mitgenommen. Ansonsten ist es zu ekelhaft, wenn ihr uns mit einem Hit wegklatscht. Deswegen kann man die hier super mitnehmen, weil wir hier eh hergehen müssen. Hier muss man zwei, drei Punkte zusätzlich nehmen. Deswegen hier der Weg nicht. Aber hier der macht Sinn mit den Geschicklichkeitspunkten und der Erfüllung der Voraussetzungen für Ausbeuten. Dann gehen wir hier hoch und das erste Board, was wir hier haben, ist Lust auf Gemetzel. Wir spielen hier die Glyphe Werwolf. Wir nehmen hier die Punkte mit, versuchen auf Gemetzel zu kommen. Und dann gehen wir hier in die Verbindung und hier in die Verbindung. Wir gehen von oben, gehen einmal rund. Und dann ist es schöner zu erklären. Dann spielen wir hier das Board vom Blitz getroffen. Wir nehmen natürlich hier die schönen Noten mit vom Sturmjäger. Ja, die Noten mit von Flut. Und spielen hier die Glyphe Territorial, weil wir immer in der Nähe der Gegner sind. Und kriegen hier auch nochmal Schadensreduktion für Gegner, die bei uns in der Nähe sind. Und 76,3% Schaden gegen Gegner in der Nähe ist sehr, sehr nice. Die Geschicklichkeit können wir schön mitnehmen hier an der Stelle. Dann geht es weiter nach links. Hier einengende Ranken. Nimmt man ja sehr oft das Board ohne den längenlären Knoten in diversen Druiden-Bilds. Und hier gehen wir hin, nehmen Mut mit. Noch mal als Defensive. Ja, aber eigentlich, wir wollen Mut nur oder brauchen den Punkt wegen der Geschicklichkeit hier an dieser Stelle, um dann Geist noch ein bisschen aufzupumpen. Ja, und deswegen nimmt man hier die Defensive mit. Und ansonsten noch Wille der Natur. Dann geht es weiter hier runter. Und das ist dann auch die Verbindung von links von dem Board Lust auf Gemetzel. Dann gehen wir hier von dem Board Lust auf Gemetzel, gehen wir hier hin, um den legendären Knoten gestärkte Bosheit zu spielen. Diesen Move mit den zwei Verbindungen, den sieht man sehr oft bei Tornado-Truiden, weil er Sinn macht. Und den hat man schon gelernt. Ich weiß gar nicht, wer das damals erfunden hat. Ich denke, irgendeiner von den asiatischen Top-Playern war das. Aber ich bin mir jetzt nicht zu hundertprozentig sicher. Und diesen Move übernimmt man sehr, sehr oft, zwei Board zu verbinden, um von zwei verschiedenen Seiten heranzukommen, um dann einen legendären Knoten mitzunehmen. Hier, die lohnt sich nicht. Die Punkte nimmt man dann lieber, um Offensive mitzunehmen. Man kommt zwar hierher, könnte es mitnehmen, aber Widerstand gegen Geist, maximales Leben brauchen wir nicht. Die sieht man ja auch im Kill-Video. Und deswegen spart man sich hier die Punkte ein. Anders wäre das sicherlich beim Nightmare-Dungeon. Da würde man solche Punkte natürlich gerne mitnehmen. So, und dann geht man hier rüber, nimmt tödliche Reißszenen mit, nimmt Naturgeboren mit, spielt hier die Glyphreißer und Klauen. Und geht da nochmal hin und verbindet das Board hier und zwar mit Führung der Ahnen, dass man diesen legendären Knoten auch nochmal mitnehmen kann. Selbes Spiel wie hier. Ja, brauchen wir nicht zwei Geisteskraft beim Töten eines Gegners und acht maximale Geisteskraft völlig unnötig. Und deshalb hier auch die Punkte gespart, um dann wieder woanders offensiv mehr Power rauszuholen. Das ist das optimierte Paragon-Board für den Kill. Wenn ihr das so verfolgt, dann werdet ihr immens viel Schaden machen. Der Geistersegen für den Lillet-Kill ist Argwohn, dann Sturzangriffe und Sensenklaue, dann Verhängnis und Ruhe vor dem Sturm. Wir, vielen Dank für deinen Follow. Wir schauen uns wie immer das Gier an. In den Defensiven sockeln wir Leben. Leben in den Offensiven sockeln wir den kritischen Trefferschaden gegen verwundbare Gegner. Zu den Herzen komme ich gleich noch. Wir spielen das Unique Sturmgebrüll für den Lillet-Killer. Es gibt ein Video von mir als Tornado-Droide ohne Sturmgebrüll. Schaut da rein. Ist aber jetzt nicht optimal für den Lillet-Kill. Da braucht man schon das Sturmgebrüll. Dann Entzücken des Wahnsinnigen Wolfs. Damit wir hier drei Ränge für alle Wolf-Fertigkeiten nochmal zusätzlich bekommen. Und auch schöne offensive Werte sowie die Bewegungsgeschwindigkeit. Hier wird es jetzt zum ersten Mal etwas intensiver. Und zwar bei den Handschuhen. Hier spielen wir die Kritikstreffer-Chance, Angriffsgeschwindigkeit, vier Ränge für Tornado. Und optional, anstatt die Willenskraft, kann man hier auch sehr schön Glückstreffer-Chance spielen, um mehr Geisteskraft zu regenerieren. Die Option möchte ich euch auf jeden Fall hier mitgeben. Das wäre best in Slot. Ich bin auf die Willenskraft gegangen. Ist auch super hier. Ich habe schon andere Hände fertig, um nochmal was anderes zu testen. Aber ja. Hier der Aspekt, Fertigkeiten verursachen bis zu 20% mehr Schaden basierend auf der Wirkzeit verfügbarer Primärressourcen. Weil in der Haupt-Damage-Phase seht ihr, dass wir eigentlich immer voll sind. Und das hat mich dazu ermutigt, das so zu probieren. Der weitere Punkt war, warum ich das ausprobiert habe. Es gibt noch einen Aspekt, der bringt uns Angriffsgeschwindigkeit auf unsere Kernfertigkeiten. Das ist ganz wichtig. Nicht Basic, sondern Kern. Diesen Aspekt hatte ich aber auch nicht mehr. Den könnte man auch sehr gut dafür nochmal eintauschen und ausprobieren. Wollte ich machen, ist mir bis jetzt aber noch nicht geprockt. Aber Edgemaster funktioniert auch sehr gut. Diese beiden Aspekte kann man wohl gut tauschen. Falls es nicht funktioniert, ich habe die Hände bereit, wo ich das gerne ausprobieren würde. Das hier funktioniert jetzt zu 100%, weil damit kille ich sie immer. Also Edgemaster funktioniert zu 100%. Habt ihr den aber nicht, könnt ihr diesen anderen gerne ausprobieren. Dass eure Kernfertigkeiten mehr Angriffsgeschwindigkeit, also nach Kernfertigkeiten, dass ihr mehr Angriffsgeschwindigkeit macht. Ich glaube bis zu 25% oder so ist das. Das ist Drop-on-Item, deswegen, ja. So, hier die Defensive. Defensive Hose könnt ihr anziehen. Schadenreduktion, weniger Schaden gegen Gegner in der Nähe. Und maximales Leben und dann die Rüstung mit rein. Dann Füße. Ihr wisst ja, wie ich meine Defensive immer aufbaue. Seit dem Schadensreduktionsnerv baue ich immer meine Defensive Schadensreduktion, wenn ihr verletzt seid, auf. Plus Gesundheit ist für mich die stärkste Defensive. Deshalb auch hier Schadensreduktion, wenn ihr verletzt seid. Kostenreduktion, sehr Geisteskraft, Willenskraft, Bewegungsgeschwindigkeit. Und hier auf die Füße kommen dann, während Harry-Kenn aktiv ist, erhaltet die zwei Ränge für eure Gestaltwandelfertigkeiten. Sollte auch ein Kodex-Aspekt sein. Dann, eine schöne Einhand-Axt, optimalerweise Schaden gegen verwundbare Gegner. Grätscher Trefferschaden oder Schaden des Typs Kern, Willenskraft oder alle Werte. Alle Werte, dann nehmt ihr nochmal ein paar Boni mit aus dem Baum, die wir jetzt auch nicht hatten. Wir haben jetzt so aus dem Paragon-Baum, wir hatten es jetzt so. Funktioniert auch gut. Eure Kernfertigkeiten verursachen bis zu 40% mehr Schaden, basierend auf eurer Stellung. Das war, warum ich die nicht im ersten Try, also bei meinem ersten Versuch gelegt habe. Ich hatte ja von Pulverisierungstruiden hier drauf umgeskillt. Hatte dann mal am Abend sofort probiert, wie weit ich komme. Es ging dann besser, als ich erwartet habe. Hier hatte ich aber nur 20% für diese Axt noch übrig. Und nachdem ich die hier dann gedroppt bekommen habe, glücklicherweise diesen Aspekt, war der auch sofort down. Und das ist schon sehr elementar, dass man hier High-Rolls auf den Aspekten hat. So, Herzstück. Nicht diese Kette ist das Herzstück. Die ist auch gut, ja. Da ist eigentlich wichtig, dass ihr drei Ränge für die passive Fertigkeit vergiften habt. Und auch Ablinkzeitreduktion. Hier noch, ihr tut euch noch leichter, wenn ihr hier anstatt gesamte Rüstung für Wehrwolfgestalt oder Schadensreduktion während ihr verletzt seid, wenn ihr da noch einen offensiven Wert habt, wie Gesamtschaden oder sowas. Oder Schaden, ich glaube Schaden während Wehrwolfgestalt geht auch hier. Ganz, ganz wichtig, der Aspekt. Also, da tut ihr euch leichter. Da holt ihr nochmal ein bisschen mehr Schaden raus, als ich jetzt hier. Dann haben wir hier Christy Zorn. Verwandelt euch jetzt in einen Todeswehrwolf. Maxro. Ja, da habe ich mir während der Levelphase schon zwei, drei zusammengefahren. Und dann ganz, ganz wichtig ist, ich spiele hier ein Viersekünder Barbarherz. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Herz des Barbiers. Kritische Treffer und sämtliche darauffolgenden Schaden werden in den nächsten vier Sekunden von eurem Ziel absorbiert. Danach entlädt sich der absorbierte Schaden auf Gegner in der Nähe. Der gespeicherte Schaden erhöht sich pro Sekunde um 15%. Wenn ihr da in 14% gespielt, auch gar kein Problem. Und ich glaube, der Timeslot zwischen 3,5 und 4 Sekunden ist an dieser Stelle optimal. Ich habe mich mit einem Viersekünder vom Timing her extrem leicht, also viel leichter getan. Deshalb kann ich euch hier nur die Empfehlung geben. Hier braucht ihr auf jeden Fall das Herz des Barbiers. Und hier braucht ihr auf jeden Fall zwischen 3,5 und 4 Sekunden, so wie ich es spiele. Müsst ihr einfach schauen. Ihr könnt es auch mit einem anderen Herz probieren. Vielleicht habt ihr ein anderes Timing. Vielleicht habt ihr da ein anderes Gefühl. Ich habe es mit einem 2 Sekunden probiert. Ich komme da nicht hin mit. Dann geht die immer hoch oder kommt dann zu einem schlechten Zeitpunkt runter, wo gerade das Herz procken soll. Und 4 Sekunden waren für mich super. Schauen wir uns erstmal den unteren Ring an. Hier seht ihr nämlich die besten Werte. Die Glückstrefferchance, Schaden gegen verwundbare Ziele, kritischer Trefferschaden und kritische Trefferschance. Das können wir auf beiden Ringen spielen. Optimal Aspekt spielen wir hier. Die Dauer von Christi-Zone erhöht sich um x Sekunden. Natürlich optimalerweise 5 Sekunden wäre wirklich wichtig, dass man hier einen Max-Roll hat. Und dann Trefferschadenwende, Dauer um 10% erhöht und so weiter. Dann hier das Herz. Das ist auch sehr wichtig. Wenn ihr mehr als 60% Leben habt, kostet eure Kernfertigkeit alle 5 Sekunden 280 Leben. Also je weniger Leben die kostet, desto besser ist es natürlich. Und der Lebensverbrauch verursacht dann x Prozent erhöhten Schaden. Optimalerweise natürlich 28%. Ich habe hier 25%, was auch schon ziemlich gut ist. Manche spielen jetzt hier mit der Randziehen. Ich brauche es nicht, weil die Ads durch das Bild, wie wir es gebaut haben, knallen die Ads so weg. Habt ihr ja auch gesehen oder seht ihr auch gleich im Gameplay-Video. Und deshalb spiele ich hier das nächste Herz, was unseren Kritzschaden auch nochmal enorm nach oben pumpt. Und sehe da gar nicht den Bedarf für das Randziehen. Wenn ihr das spielen wollt, dann braucht ihr hier einen violetten Sockel und dann zieht ihr das, dann zockt ihr das ran. Zieh Herz, das ist der einzige Case, den ich dafür sehe. Meine Empfehlung, ich brauche es nicht. Es liegt nicht daran, dass die Ads zusammengezogen werden, weil wir sowieso genug Schaden machen. Wir bleiben stehen, bringen die Tornados und die platzen so weg. Es ist eher das Movement von links und rechts, was eher da behinderlich ist als das hier. Werte, habe ich ja schon gesagt, hier spielen wir Tornado verfolgt bis zu drei Ziele. Ein bis drei Ziele ihr erhaltet. Wichtig ist, dass der Tornado die Ziele verfolgt. Bei Lilith reicht natürlich ein Ziel aus. Drei Ziele, sobald die Ads kommen. Deswegen solltet ihr hier auch ein Max-Roll haben. Und dann die Werte von dem Ringen wir natürlich besser in High-Roll-Version. Wie gesagt, ihr seht ja, meine Ringe sind sehr schwach. Ihr erhaltet 82% kritischen Trefferschaden, doch eure nicht-kritischen Treffer verursachen 41% weniger Schaden. Ja, nochmal zusätzliche Power auf den Crit-Damage, dass wir die auch schön runterpumpen, wenn das Herz blockt. Ganz, ganz wichtig. Dann als Totem spielen wir hier natürlich High-DPS. Desto höher, desto besser. Und kritische Trefferschance, Willenskraft, Ablehnung, Zeitreduktion, Kostenreduktion für Geisteskraft. Ist schon sehr gut hier alles. Und verursacht pro Sekunde, die hier stillsteht, x% mehr Schaden bis maximal 30%. Das sind alle Werte, alle Aspekte. Genauso nachbauen. Und dann werdet ihr auch den gleichen Schaden machen. Das war es auch schon an dieser Stelle. Wir sind Geistersegen durchgegangen, Fertigkeitenbaum, Paragon und das Gier. Wir können uns auch nochmal kurz über die Werte gehen, die wir hier haben, damit ihr das auch einmal nachvollziehen könnt, auf welchen Werten wir uns hier aktuell befinden. Es wird ja immer gewünscht, dass man hier mal kurz rüber geht. Und dann noch ganz wichtig zu erwähnen, als Trank sortieren wir das Ganze mal. Hier habe ich mehrere Tränke ausprobiert. Den größten Erfolg hatte ich tatsächlich mit der erhöhten Angriffsgeschwindigkeit. Oder ihr könnt aber auch den hohen Crit-Trefferschance und Crit-Trank spielen. Vielen Dank für deinen YouTube-Sub. Und deshalb ist das hier so wichtig. Ja, also das hier war der beste Trank für mich. Auch hier mit der Angriffsgeschwindigkeit anstatt der erhöhte Crit-Trefferschance. Das müsst ihr für euch ein bisschen austesten, aber das ist so meine Empfehlung. Wenn man das eigentlich so nachbaut, wie ich es gemacht habe, dann sollte das funktionieren. Das war es mit allen wichtigen Dingen. Das Gameplay kommt jetzt nochmal, der Kill, ja, als Re-Insurance. Und ja, ansonsten würde ich sagen, viel Spaß damit. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr Lilith gilt, ja. Mit dem Tornado-Truiden. Und mein nächster Charakter steht jetzt schon in Startlöcher. Es wird ein Magier, habe ich mich entschlossen, weil mich hatte der Magier doch schon sehr angefixt. Das letzte Mal hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wollte damit Lilith nochmal legen. Und auch im Bezug auf den Patch wollte ich die Magier gerne spielen. Und dann wird es eine Klasse, die ich noch gar nicht gespielt habe, Pre-Season. Entweder wird es der Schurke oder der Barbar. Einer von beiden. Weil ich schon echt Bock hätte auf einen Barbar, muss ich wirklich sagen. Aber wenn ich den Schurken spiele und der Melee-Bereich ist, wird es kein Barbar werden. Also, mal schauen. Ja, und dann auf jeden Fall, ich habe mega Bock wieder auf einen Totenbeschwörer. Und dann schauen wir weiter. Und mit allen Klassen versuchen wir natürlich, Lilith zu killen. Ansonsten schaut gerne in den Stream vorbei. Da carry ich durch Lilith durch. Kleines Taschengeld. Und viel Spaß beim Kill. Ja, lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt. Und bis zum nächsten Mal. Viel Glück beim Kill. Bye, euer Dread. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik